Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für das Jahr 2020 und damit letztendlich ein Jahres-Vorcast. Ich möchte aber nicht nur auf den DAX gucken, ich möchte heute auch mal andere Werte noch mit betrachten, die ja doch bestimmt auch Einfluss mit auf den DAX, auf die DAX-Bewegung haben werden. Wir werden mal auf den Goldpreis gucken, wir werden den Euro-US-Dollar mal drauf schauen, wir werden auch mal bei den Amerikanern reingucken, denn ich glaube, dort wird sich für 2020 das meiste tun. Ich glaube, dort sind auch die meisten Potenziale vorhanden und da schauen wir mal drauf. Die haben nämlich ganz markante Muster. Zunächst wünsche ich aber erstmal allen ein gesundes neues Jahr, ein schönes erfolgreiches Jahr. Ich hoffe, sie haben sich alle was vorgenommen für das neue Jahr, um insbesondere auch im Trading die Chance mal zu nutzen, um auch vielleicht alte Gewohnheiten abzulegen. Sich jetzt vielleicht nach 1, 2, 3, 4 Jahren, je nachdem wie lange man gegebenenfalls vielleicht auch eher unglücklich schon am Trading mit dran ist, dann endlich mal sich wirklich fest vorzunehmen, hier Laste abzulegen, Sachen nicht mehr zu machen in 2020, die einen die letzten Jahre immer nur Geld gekostet haben. Und ich glaube, so ein Jahresstart ist da ein schöner Impulsgeber nochmal, um dann halt wirklich mal sich selber den Ruck zu geben und zu sagen, komm, pack mal was an, weil von nichts kommt nichts. Also gerade diejenigen, die da sitzen und sagen, naja, ich bin in Short-Märkten besser, jetzt fällt der Markt die ganze Zeit, irgendwann fällt der Markt auch wieder. Oder in der Regel ist es meistens so, dass dann genau, wenn der Markt fällt, man dann plötzlich am Long-Suchen ist und die ganze Zeit dann dagegen bottert. Das heißt, wenn dieses Trendbewusstsein nicht so richtig im Kopf drin ist, wenn einem das schwerfällt, wird das runterzugt genauso. Dann möchte ich gleich ein bisschen die Erwartungshaltung lindern und dazu animieren, da einfach ein bisschen bewusster mit umzugehen. Gut, ich möchte mit Ihnen natürlich jetzt auf den DAX schauen. Und ich möchte mit Ihnen aber eher erst sagen, mir sind die Amerikaner, die ist ja wirklich wichtiger, da die dort von den Formationen her prägnanter laufen und für mich eher sogar auch leichter zu identifizieren sind. Ich habe deswegen hier mal schon ein bisschen was vorbereitet und möchte mit Ihnen mal einfach anfangen. Weil natürlich jetzt die erste Frage natürlich sicher sein wird, Crash oder nicht Crash in 2020. Ich glaube, dass wir eine stärkere Korrektur sehen werden in 2020. Ich denke aber, dass wir gegebenenfalls nicht mal unter das aktuelle Niveau zurückgehen, weil es uns bestimmt vorher noch richtig oben raushebelt. Und zwar so, wie das jetzt vielleicht erst mal noch keiner auf dem Schirm hat, da man stand jetzt schon die Märkte als stark gestiegen bewertet. Dazu möchte ich mal gerne hier einfach ein bisschen mit Ihnen, ich glaube, das kam es uns immer ganz gut an, einfach mal ein bisschen auch historisch durch Märkte blättern, dass wir einfach mal uns kurz zwei, drei Minuten Zeit nehmen und hier einfach mal so in der Historie blättern. Wie haben sich denn Märkte verhalten? Wie sind sie gelaufen? Wie sind sie tendiert? Was ist markant? Was erkennen wir Regelmäßigkeiten? Was können wir daraus jetzt für uns mitnehmen? Und ich würde deswegen mal zum Urschleim zurückgehen hier und den S&P wirklich von Anfang an hochziehen. Wir sehen hier eine lange ausgeprägte Seitwärtsphase, die dann recht ruckig beendet wurde. Man ist danach nochmal zurückgelaufen, hat die letzten Hochs von oben bestätigt, ist auf diese letzten Hochs hier, auf dieses kleine Doppeltop letztendlich von oben nochmal drauf und hat sich dann deutlich rausgehoben. Was sieht man von hier? Auch hier wieder zurück aufs letzte Hoch und dann weiter. Und jetzt sehen wir schon, jetzt nimmt der Markt richtig Trenddynamik an, er fängt an zu beschleunigen. Und ich glaube, wer an dem Zeitpunkt jetzt hier sagt, nein, das ist aber schon fortgeschritten, das ist aber schon übertrieben, der dürfte deutlich überrumpelt worden sein, wenn er sich ja da schon dagegen gestellt hat. Und das ist auch das, weswegen wir das jetzt hier machen, um diesen Blick ein bisschen dafür zu fangen, sich auch für das Ungewisse nach oben zu wappnen und eben bewusst auch wahrzunehmen, was eine grüne Kerze für Bedeutung hat. Das ist nämlich nicht prinzipiell, uns instinktiv dazu verleiten sollte, zu sagen, das ist doch übertrieben, das geht doch jetzt gleich in die Hose. Instinktiv denken wir sowas, wenn wir sowas sehen und sagen, hier kann man sich doch langsam mal Short dagegenstellen, hier kann man wahrscheinlich alle 100 Punkte oder damals vielleicht noch alle 10 Punkte jetzt hier nochmal den Short ausweiten und sich dagegenstellen. In der Regel kann der Markt aus solcher einer Bewegung, aus solch einem Muster heraus eher nach oben beschleunigen, das heißt, die Kerzen werden immer größer und dann ist der Punkt, ab dem er dann tatsächlich fällt, meist so weit in der Ferne, dass man a, bis dort gar nicht durchgehalten hätte und b, er gar nicht so weit zurückkommt, dass man überhaupt am Anfang wieder rauskommt. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht und wir sehen, der Markt stellt sich hier richtig nach oben raus, wird jetzt hier sogar leicht unruhig schon, bringt dann erst die Kerze, die aber direkt wieder ausgekontert wird und der Markt läuft weiter, übertreibt weiter. Und jetzt sieht man auch schön, das, was ich gemeint habe, die Kerzen, die werden dann immer länger und immer größer und immer länger so und wenn man, das ist die Kerze, das ist die Kerze, wo wir gesagt haben, das sieht schon übertrieben aus, wenn man hier dagegen gehalten hätte, wird es dann langsam schon recht schwierig und der Markt läuft aber weiter und läuft weiter und läuft weiter. So, und da sehen Sie das, das wird immer, immer parabolischer, das nimmt immer mehr an und irgendwann platzt es dann tatsächlich auch. Hier sehen wir jetzt, hier sehen wir jetzt, wenn ich das mal so habe, stand hier, stand unsere ersten Kerze, hat er jetzt fast 140 Punkte nach oben gemacht, damit sie daraus hätten profitieren können, nach unten hätte er auf 60 fallen müssen. Also nur um mal so dieses Verhältnis zu machen, also wer hier vielleicht dagegen gehauen hatte, der wollte 180, der wollte 160, der wollte vielleicht 140 sehen, der wollte aber keine 60 und dann sitzt man das alles im Minus in irgendwelchen Leerverkäufen oder in irgendwelchen Shorts aus, muss nicht sein. So, dann kommt die große Korrektur, dann knallt es den Markt mal runter und das auch recht ruppig hier in dem Jahr 87, hat es halt richtig mal geknistert, ist deutlich zurückgekommen, aber auch hier sieht man den Ursprung, hier bei 200 hätte man, man hätte es nicht mal erreicht, man hätte diesen Anfang hier nicht einmal erreicht, um das wieder reinzuholen. So, und wenn man dann so viel wollte, weil man eben gedacht hat, okay, er fällt jetzt bis 160, man vielleicht nicht mal hier bei der 220 realisiert und so ist es ja dann meistens, selbst die, die hier nachgebaut haben und nachgebaut haben, die sind ja irgendwo hier gerade mal plus minus null, die sagen sich dann, okay, lasse ich mal weiterlaufen, der kommt ja jetzt hier richtig runter und dann läuft er ihn wieder davon und läuft davon und läuft davon und läuft davon. Das heißt, wie ist es denn eigentlich günstiger? Es ist eigentlich besser, sich halt mit den Kerzen zu richten und halt eben mitzugehen, dass man sagt, okay, man läuft einfach, wenn man sieht, dass so eine Betreibung kommt, auch wissentlich, dass die irgendwann auflöst, erstmal mit. Man kann ja dann auch die Stops enger ziehen, gerade im Intraday-Bereich, im Trading-Bereich, macht es uns das ja leichter, dann auch einfach zu sagen, okay, wenn er halt tiefer als die letzte Woche geht, dann höre ich erstmal wieder auf und sobald er wieder neue Hochs macht, dann fange ich wieder mit Long an. Und das ist das, was ich hier eben jetzt wirklich mitgeben will, um auch einfach mal das so ein bisschen vor Augen zu halten, wie sich so ein Markt halt hier verhalten kann. So, und läuft er weiter 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 und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und wenn sie gesagt hätten 210 oder was, ist das ziemlich krass. So, jetzt haben wir hier wieder einen Punkt, wo wir sagen können, okay, das sieht jetzt hier schon nach einer dollen Übertreibung aus. Jetzt hier vier, fünf, sechs absolut krass grüne Monate, richtig lang durchgezogen, richtig, richtig Performance drin gewesen, trotz, dass wir ja schon so eine Übertreibung hatten, trotz, dass wir ja eigentlich seit hier das schon für übertrieben finden. Ne, drückt er richtig, 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 richtig durch und selbst wenn man jetzt hier sagt, man stellt sich Short dagegen und baut das immer wieder aus, können wir auch mal gucken, wie glücklich man damit wird. Und wir sehen, wir sehen, wir sehen, die Kerzen werden immer länger, die Kerzen werden immer größer, es wird immer krasser, immer deutlicher, immer übertriebener. Ne, jetzt haben wir hier schon fast 100% gemacht, stand dem Punkt, wo wir gesagt haben, das sieht aber übertrieben aus. Und das ist eben das, was ich jetzt so ein bisschen schärfen will halt, ne, dass man, dass man sich nach oben auch öffnet, dass man sagt, okay, die sind hoch bewertet, die Aktienmärkte sind vielleicht sogar über bewertet, aber wenn das Geld reinkommt, kommt es eben rein. Ne, und dann sehen wir hier, wie das dann halt weitergehen kann und das drückt und drückt und drückt. Und Sie wissen alle, wo der S&P momentan steht, ich denke, ich kann das jetzt auch abkürzen, irgendwann kommen auch mal Korrekturjahre, man sieht es auch hier, aber wenn Sie sagen, das waren unsere Kerzen, wo wir gesagt haben, ab da ist es uns übertrieben, ab da, der ist nie wieder dahin gekommen, nie wieder. Aber, ne, von daher können wir sagen, wir finden das jetzt hier momentan auch krass übertrieben, aber wir sollten dem Markt nach oben Platz geben. So, und da können wir auch schön mit Fibonacci Retracements arbeiten, also mache ich sehr gerne in solchen Bereichen, hat uns auch damals im Bitcoin ganz gut geholfen gehabt, wir hatten da im Premium-Dienst ab so 10.000 dann auch gesagt, man, eigentlich die gleiche Leier wie das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe. Und dann haben wir auch gesagt, man muss sich da nach oben wappnen, wenn er zurückkommt, dann wahrscheinlich nicht zu dem Punkt, wo man das auch gerne hätte und dass da eben noch viel Platz ist und hatten da auch die 20.000 als Ziel noch mit reingenommen, haben gesagt damals, dass es bis Weihnachten gut und gerne kommen kann, ne, dass der sich nochmal gut und gerne verdoppeln kann, bevor er dann mal eine Korrekturrichtung 6.950 macht. So hat man es meines Wissens nach verteilt gehabt und er erreichte dann sogar Anfang Dezember erreichte der schon die 20.000 und knallte von dort dann eben auch runter auf unser primäres Rücklaufziel. So, aber zu Bitcoin wollen wir jetzt hier erstmal nichts sagen, da würde ich vielleicht nochmal ein sehr verratives Video machen. Bleiben wir jetzt erstmal bei den Indizes, bei den wichtigen Paaren hier und ich kann mir gut vorstellen, im S&P, ich hatte hier so ein weitendes Dreieck, Ihnen auch schon mal gezeigt, in anderen Videos, wo ich gesagt habe, der S&P hätte gutes Potenzial, hier dann runterzudrehen, dass das aber eben wichtig werden würde, wie er mit dem Dreieck umgeht und er hat das nach oben verlassen. Er hat das Seitwärtsmuster hier beendet und überlaufen, so und dann haben wir jetzt hier wirklich Ziele, die bei 3.300, 3.305 vielleicht in etwa liegen und hier oben bei 3.900. Das sind so zwei Ziele, die sich jetzt einfach aus dieser letzten Korrektur heraus ableiten lassen und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, insbesondere in Übertreibungsphasen. Wir sehen momentan auch wieder dieses ganz typische, die Kerzen werden größer, stellen sich schöner heraus und ich würde schon sagen, dass wir hier, also es würde jetzt hier un-, also es würde komisch aussehen, wenn der Markt jetzt hier bloß an die 3.300 reinläuft, wenn ich mir die zwei letzten Kerzen angehe, anschaue, sodass ich hier fast unterstellen würde, dass wir bis 3.600, 3.900 hier gut noch ziehen können und das mag jetzt erstmal viel klingen, ist es aber letztendlich nicht, weil es sind gerade mal 20%, die der Markt machen müsste. Ich glaube, er hat dieses Jahr, ich weiß gar nicht, was sie dieses Jahr gemacht haben, aber das muss weit über dem gewesen sein, sodass man sich hier oben tatsächlich noch öffnen sollte. Und ich würde auch sagen, man sollte, hoch, das war jetzt nicht beabsichtigt, kriege ich das wieder zurück, man sollte auch vielleicht nicht nur die, sondern auch darüber hinaus noch ein bisschen was im Petto haben. Ich werde das so handhaben, dass ich bis zu den Zielen immer wieder versuche, Long-Positionen aufzubauen. Wenn die Märkte an den Zielen waren, die einfach mal ein, zwei Wochen in Ruhe lassen, schaue, drehen sie ein, drücken sie sich nach unten weg, um gegebenenfalls dann einen Short zu platzieren und sollten sich die Märkte drüber schieben, würde ich dann auch wieder versuchen, bis zur nächsten Zone eben Long mitzunehmen. Und das ist im S&P, ist das ganz deutlich, die 3.900 und das sind die 3.300 und darüber dann die 4.500. Das sind so drei Zielstationen, ich glaube, die sind alle in 2021 sogar drin, äh, in 2020. Selbst die obere, wenn der Markt jetzt hier eins, zwei, drei lange Kerzen, er kann das schaffen. Also wenn er sich so aufbläht, wie wir das in der Historie immer wieder gesehen haben, wie das in solchen Fällen der Fall war. So, ne, im Nachhinein sieht das alles super klein aus, aber wenn man immer an den Status, wo es anfängt, zurückgehend, ne, wenn man sagt, okay, unsere Kerzen sehen momentan so aus, ne, so sieht unser Chart aus, momentan. Wenn wir drauf gucken, sieht unser Chart so aus von den Kerzen, ne, das sieht normal aus und wenn wir jetzt aber hier gucken, was hier kommt halt, ne, dann springt das völlig aus dem Fenster raus. So, und wenn wir jetzt sagen, okay, unsere Kerzen sehen, hoppala, verschoben, sehen hier nochmal aus, sehen hier nochmal aus, ne, kann man sich ausmalen, dass man hier vielleicht sogar einmal durchscrollen muss, um dann aufs Ziel zu kommen und ich denke, das ist in dem Jahr möglich. Wir haben ein Wahljahr, Trump wird natürlich alles versuchen, um hier irgendwie das Zeug reinzubuttern, um die Aktienmärkte zu befeuern. Und das denke ich schon, wir kriegen Unruhe rein, ähm, Anfang des Jahres nochmal mit dem Brexit. Ich glaube, im Februar, März ist da nochmal was los und dann wird es Richtung, Richtung Wahlphase Amerika hinauslaufen. Deswegen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir bis März, Februar hier nochmal Stößchen nach oben sehen, ähm, dann ein bisschen Unruhe reinkommt und die dann gegen Jahresende nochmal in Euphorie auflöst. Ja, ähm. Ähm, ich bin mir noch unschlüssig, ich finde die 3.300 hier recht attraktiv, äh, es würde aber im Monatschart, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht im kurzzeitigen Fenster gut reagiert, aber im Monatschart nicht. Grundsätzlich erwarte ich trotzdem deutlichen Gegenwind auch dieses Jahr, ja, insbesondere im DAX, da haben wir aber eine ganz andere Ausgangslage als das hier, ähm, ich weiß nicht inwiefern sie sich schon mal damit beschäftigt haben. Den DAX, ähm, gibt es ja als Performance und als Kursindex, was ich Ihnen hier jetzt mal zeigen möchte, ist der Kursindex. Der Kursindex ist quasi der DAX ohne Dividenden, ne, also bei dem einfach die Dividenden rausgerechnet werden. Den, den Sie sonst kennen aus den Nachrichten, das ist ja der Performanceindex und im Performanceindex werden die Dividenden rechnerisch wieder reinvestiert, sodass der Kurs letztendlich steigt. Das ist hier eher, wenn wir sagen, das ist der tatsächliche Wert im DAX, das ist das, was die Unternehmen tatsächlich an Wert haben, dann sieht man doch, dass der hier eher mehr zu kämpfen hat und eigentlich nicht wirklich sonderlich lukrativ ist, ne, also wir sind zum Beispiel hier mal ganz krass gesagt, einfach noch nicht über die Hochs aus 2000 wieder markant drüber, haben da lange, lange mit zu kämpfen, sind schon 2015 dort gescheitert, sind auch 2018 dort gescheitert und könnten nun im dritten Anlauf nochmal probieren, hier zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen Ausbruch drüber sehen, eine Kerze, die dann aber schon wieder wegverkauft wird und der Markt dann gegebenenfalls sogar nochmal hier deutlicher zurückkommen kann, auch in dem Bereich, ähm, was wir hier an blauen Strichen sehen, ist von mir ein Versuch gewesen, das ist schon ein bisschen älter, das haben wir, glaube ich, schon gegen 2015 hier mal reingemalt, nee, 2015 kann es nicht sein, muss später gewesen sein, 2015 habe ich noch nicht mit Tradingview rumgemalt, ähm, hier einfach mal zu zeigen, wie so ein typischer Zyklus der Abwärts- und Aufwärtsbewegung im Kursindex stattfindet, ne, in welchem Abstand wir hier Korrekturen sehen, man muss sagen, dass das von 2015 bis 2018 hier eher eine Seitwärtskorrektur gezeigt hat, jetzt zyklisch gesehen eigentlich wieder Platz wäre für eine Aufwärtsbewegung, ne, und hier müsste man dem Kursindex, müsste man einen Plus von, ja, ich würde mal so sagen bis 7.000, aber ich glaube, der wird schon bei 6.500 auf die Mütze kriegen, wir haben die letzten beiden Hochs abverkauft, sowas, das gefällt mir immer gar nicht, das ist ganz klare, ganz übergeordnete Trendschwäche, sodass ich davon ausgehe, dass das nächste Hoch dann tatsächlich so abverkaufe, dass wir eine Tieffolge bekommen, und das hatten wir bisher nie gehabt, ne, von jedem Hoch, was hier verkauft wurde, sind wir nie unter das vorherige Tief, hier war das markante Tief hier, bevor wir hier oben raus sind, sind wir nicht drunter, dann sind wir nochmal auf ein neues Hoch, sind wieder zurück, da war das letzte markante Tief hier, sind wir auch nicht drunter, und ich glaube fast, dass wir, wenn wir das nächste Hoch hier sehen, dann tatsächlich über, ähm, oder unter, unter das letzte markante Tief auch zurückfallen, und eher in dem Bereich, und das ist dann schon deutlicher, was dann hier passieren kann, ne, also der Kursindex in dem Sinne sehr, naja, ein Instrument, das hier deutlich warnt, dass eben im deutschen Raum, im europäischen Raum Aktien in dem Sinne hier wirklich von ihren Dividenden tatsächlich nur profitieren, die Unternehmenswerte als solche aber offenbar nicht so attraktiv sind, ne, und da muss man schon aufpassen, ähm, das könnte dann, also rein vom technischen Muster her sieht das hier schon nicht gut aus, und ich würde davon ausgehen, dass man hier mit einem neuen Überschreiten das deutliche Abverkauft, und mit runter nimmt, so, damit einhergehend würden wir dann uns jetzt mal den DAX tatsächlich vornehmen wollen, um mal zu schauen, wie das denn jetzt hier aussieht, versuchen alles zu verbinden, wobei mir eines noch fehlt, und das ist Gold, und der Euro-S-Dollar, wollte ich mit Ihnen, auf beides wollte ich mit Ihnen noch gucken, das machen wir noch, bevor wir uns den DAX mal nehmen, so, da muss ich erst mal finden, Euro-S-Dollar-Wochen-Chart, das ist mein Euro-S-Dollar-Wochen-Chart, ähm, die bei uns aus dem Premium-Dienst haben das schon öfter gesehen, wissen auch, dass wir hier den Fokus eher mehr auf der Long-Seite sehen, ähm, seit, ja, schon gut einem halben Jahr, auf jeden Fall verteilen wir das, da etwas sehr Markantes hier zu sehen ist, wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen, wir haben hier einen Plus, ja, von gut 22 Cent, 20 Prozent gesehen, ab dem Tief knapp oberhalb der Parität, und von dem ist der DAX nur sehr korrektiv, sehr zögerlich, äh, der DAX, sag ich schon, der Euro-S-Dollar ist jetzt zögerlich zurückgekommen, ne, Sie sehen hier diese häufigen Farbwechsel in den Kerzen, Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün, jeder, der bei mir im Seminar mal war, weiß, wie er das zu deuten hat, weiß, dass das eher mehr korrektives Verhalten ist, und in der Regel dynamisch nach oben auflöst, sogar in Form eines neuen Trendes, der dann sich immer am vorherigen Aufwärtstrend orientiert, und das wäre der, ja, wenn wir das jetzt mal ganz theoretisch betrachten, müssten wir damit sogar festhalten, dass der Euro-S-Dollar von 1,875 ausgehend ein Aufwärtspotenzial von gut 22 Cent jetzt hätte, innerhalb von einem Jahre, ne, sobald das Muster hier auflöst, sobald er anfängt, neue Hochs zu kippen, die ersten hat er jetzt hier unten schon geknackt, das nächste Wichtige wäre dann bei 1,14, und ich denke, wenn die 1,14 dann noch nach oben knackt, wird es dem Euro-S-Dollar hier deutlich leichter fallen, sich zügiger fortzubewegen, wieder bessere Trenddynamik anzunehmen, man muss ja auch sagen, der Euro-S-Dollar hat die letzten drei, zwei Jahre unheimlich stark seitwärts lotiert, unheimlich stark, dann gibt es ganz viele, die momentan mit viel seitwärts gewichteten Expert-Advices arbeiten, die sich im Backtest in den letzten zwei Jahren einfach bewiesen haben, ne, typische Martin-Gale-Muster, Grid-Muster, wo viele Marktteilnehmer jetzt einfach sehen, das hat die letzten zwei Jahre super funktioniert, immer mehr damit versuchen zu arbeiten, also ich persönlich nehme das schon wahr, dass mir sowas immer häufiger gezeigt wird, Grid-Muster im Euro-S-Dollar, was heißt Grid? Ich baue, wenn der Markt fällt, Long-Positionen auf, baue immer wieder nach, immer wieder nach, immer wieder nach, und wenn der Markt zurückkommt, löst er diese Positionen alle im Gewinn aus, dann fange ich an Short-Positionen aufzubauen, wenn der Markt steigt, und wenn der Markt zurückkommt, löst er die alle im Gewinn aus, ne, dadurch realisiere ich keine Verluste, hole mir immer Gewinne rein, und das sieht super aus, wenn man dann noch einen Backtest macht auf die letzten zwei Jahre, funktioniert das natürlich richtig, richtig, richtig gut, super System, ist aber auch, und das muss einem eben wichtig sein, marktphasenabhängig, das funktioniert nur, solange hier immer Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün-Rot-Grün kommt, wenn so eine Phase kommt wie hier, wo es einfach mal 10 Cent durchzieht, grüne Kerze, grüne Kerze, grüne Kerze, grüne Kerze, grüne Kerze, na, dann funktionieren solche Ansätze natürlich überhaupt nicht mehr, und ich denke, dass das jetzt auch langsam passieren wird, weil einfach auch zu viele diese Seitwärtsbewegungen jetzt schon als selbstverständlich sehen, ne, also mein Ziel wäre jetzt hier als nächstes erstmal die 1.136, die 1.14, eben das ist hoch zu attackieren, und ich glaube, er wird das auch überbieten, wird dann kurzfristig nochmal zurückkommen, das kann sogar bis 1.12 nochmal gehen, und sich dann weiter fortführen, das wäre meine Erwartungshaltung für den Euro-US-Toller, auch wenn das ausgewiesen nicht mein Lieblingsinstrument ist, und ich hier auch definitiv eher mit Handbremse trade, na, Währungspaar sind einfach persönlich nicht meins, sind nicht mein Spezialgebiet, ich mag den DAX, ich mag die Indizes, ganz besonders den DAX, das nur mal so aus meiner Analyse-Sicht, wie ich Dinge bewerte, wie ich mir Dinge anschaue, das heißt, ich gehe davon aus, dass der Euro-US-Toller hier eher mehr das Potenzial noch hat, so eine Bewegung hochzuziehen, die kann bis 1.30 gehen, ich würde jetzt hier erstmal für 2.20 einen Erreichen von 1.20.4 ansehen, das halte ich für realistisch, weitere Tiefs hier unten würden wahrscheinlich erstmal aufgekauft werden, solange wir hier zumindest keine rote Tieffolge sehen, kommt hier eine rote Tieffolge rein, hätten wir hier noch so ein kleines Gap, was ich hier drin habe, ich weiß nicht, ob das ein Chartfehler von mir ist, da sollte man aber ein bisschen feinfühlig dann sein, also dreht er komplett runter jetzt hier, das würde ich so unterhalb von 1.10, ich persönlich würde dann sogar versuchen, mal auf die 1.37 hinzutraden, könnte mir vorstellen, dass man dort den nächsten Schwung nimmt und dann nochmal den Anlauf nach oben probiert. Grundsätzlich für mich aber das hier ein sehr korrektives Muster, da das fällt, ist es für mich ein Anzeichen, dass man sich hier wappnet für einen dynamischen Anstieg, der hier kommen kann. Gut, das zum Euro-S-Soller, ich persönlich sehe ihn eher auf der Long-Seite, interessant für 2.20. Ja, im Gold, Gold auch sehr interessant, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, nachdem man uns hier, ja, in Gelächter letztendlich fast schon stehen lassen hat, als ich das in einem DAX-Video mal publiziert hatte, dass wir hier Short suchen an der Roten Zone, dass wir da Short suchen, weil momentan so viele im Gold Long suchen, so viele Private, uns das sehr stark aufgefallen ist, wie viele da unbedingt Long wollten und haben deswegen gesagt, wir starten da ein Short, ja, sind sie über mich ein bisschen hergefallen, wie kann man da noch Short gehen, der Markt ist doch so stark, der Markt ist doch so trendig, der Markt ist doch so Long, das wird noch sonst wohin steigen. Die Technik hat für uns hier recht behalten, hat uns den Trade auch gut rausgebracht, wir sind leider nicht bis ganz 1.450 dabei gewesen, haben den schon ein bisschen vorher auflösen können, hat sich auf jeden Fall hier gelohnt gehabt, da dran zu bleiben, da festzuhalten, unser Setup, unser Plan, wie wir mit dieser Zone umgehen, der hat auch wunderbar geklappt, Ziel war es hier nämlich auch mehrfach immer wieder zuzugreifen, es war gesagt, dass die immer wieder kommen könnte, da es eine wichtige Wochenzone ist und man hier wirklich nach kurzfristigen Gewinnen auch nochmal auslösen könnte, um dann später nochmal einzusteigen, um nochmal mehr von der Bewegung damit zu nehmen und das hat schön geklappt, jetzt sind wir hier erstmal raus, das heißt für mich jetzt hier in dem Punkt erstmal kurz abwarten, zurückhalten, kurz schauen, was er macht, er hat jetzt hier knapp 4 Monate jetzt Korrektur hinter sich gehabt, dreht jetzt hier schon wieder auf, stößt sich schon wieder in unsere rote Zone rein, der obere Bereich wurde hier noch gar nicht abgefrühstückt, mir ist aber wichtig, dieser Trend hier, diese Flacke vielleicht sogar, wie geht der Markt jetzt damit um, am 30. haben wir jetzt hier wieder eine deutsche Reaktion davon gesehen, wenn wir hier in den Monatschart reinschauen, sieht das sogar noch schicker aus, weil es hier noch besser hält und hier bin ich sehr gespannt, wie der Markt damit umgeht, wenn man es nämlich so sieht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, das Gold aus dem Bereich hier, diese Mitte von diesem Dreieck hier, dass er die nochmal ansticht, das würde bedeuten, dass wir nochmal die 1666 sehen, sieht ein bisschen diabolisch aus, dass man da nochmal hinläuft, das nochmal antippt und dann trotzdem wieder deutlicher zurückgeht, ich erwarte hier schon eher noch eine zweite Welle, dafür ist mir einfach diese Flacke hier, der Anstieg, der ist mir zu flach, der kommt mir zu flach, so dass ich dem Gold zuspreche, dass es schwieriger wird, oben raus dynamisch zu steigen, auch wenn das glaube ich viele wollen, auch wenn das viele im Gold sehen, bin ich da persönlich noch ein bisschen skeptisch und ich persönlich würde da noch warten wollen, also für mich, da sind wir in diesem Punkt, was wir vorhin bei den Amerikanern gesehen haben, wenn die übertreiben und wenn die dann richtig rausstellen und die Kerzen länger werden, ist es auch relativ einfach da einzusteigen, weil man dann einfach so eine grüne Wochenkerze kaufen kann, packt den Stop-Loss unter die letzte grüne Kerze und in der Regel läuft das nicht mal ins Minus, und dann kommt die nächste Grüne, die nächste Grüne, die nächste Grüne, eine solche Bewegung erwarte ich aber erst oberhalb von 1700 im Gold, deswegen wäre es für mich jetzt hier durchaus noch so eine Pufferzone, aus der ich eher die Chance sogar unten raus sehe, und sollte der aber über 17 gehen, bin ich persönlich, werfe ich alles, was ich an Short-Fantasie habe, ab und dann wird Gold eben noch long versucht mit zu begleiten und dann sind nach oben hier auch erst mal keine Grenzen gesetzt, wenn wir hier wieder mit der Fibonacci-Projektion, mit dem Fibonacci-Retracement arbeiten, hätten wir hier erst mal, jetzt muss ich gucken, dass ich es tief genau treffe, wenn wir jetzt hier dann erst mal ein Ziel um 2460 rum, dürfte dann aber auch mehr gehen, aber dafür muss Gold über die 1700 rüber, per se, so wie es jetzt momentan hier sperrt und so weiter, ich glaube, hier kommt jetzt noch eine lange Kerze im Januar, die kann an die 1660 rangehen, und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich Gold schon wieder zurückzieht und schon wieder fällt, denn wenn wir mal historisch zurückschauen, haben wir ja sowas ähnliches wie hier eher gehabt, danach ist Gold einmal gefallen, und dann hat es hier sich so dreiwellig hochgezogen, hochgezogen und ist dann erst mal wieder ganz runter in die, ja, raus aus der Beachtung, raus aus dem Fokus, bis all die, die hier vom Hype angefressen, angelockt wurden, dann ablassen. Auch typisches Bewegungsmuster, dieses Abklimmen der Euphorie, dieses Abklimmen eines Hypes, das sieht man überall immer wieder in Bitcoin und allen anderen Werten, in denen man solche Formationen sieht, und eben ganz markant, wenn Sie das sehen, diesen Anstieg hier, wie auch hier die Kerzen immer länger und länger und länger werden, dann kommt der Markt zurück, macht einmal hoch, zweimal hoch und dann zur Seite, und wenn wir das eben jetzt vergleichen mit dem, was wir hier haben, sehen wir auch hier diesen schönen Anstieg, die Kerzen immer länger und immer länger und immer länger, dann zuckt er, rutscht runter, kommt einmal hoch, kommt zweimal hoch, und dann wäre jetzt hier quasi diese, diese Phase zur Seite wieder zu erwarten, dann wäre das dem sehr ähnlich, wenn auch ein bisschen ausgeprägter, wenn auch von der Zeit ein bisschen länger, aber sowas könnte ich mir in die Richtung schon eher vorstellen. Gut, okay, das heißt, Gold, sehr spannend, auf jeden Fall auch mit viel Potenzial oben raus, für mich fehlt da noch ein bisschen was, ich möchte es oberhalb von 1,7 sehen, vorher bin ich noch skeptisch, bin hier noch ein bisschen verhalten, ich nehme aber wahr, dass dieses öffentliche Interesse ein bisschen abgenommen hat, nehme nicht mehr so viel Long-Euphorie wahr im Markt, von den Marktteilnehmern auch, auch von unseren Mitgliedern, ist es wieder ein bisschen aus dem Fokus geraten, ich erwarte hier trotzdem, wie gesagt, 1,660, und dann eher zur Seite, sollte es über 1,7 gehen, bin aber auch gerne bereit, für mich selber auch, kurzfristig immer mal wieder, dann Richtung 2,400 Longs zu suchen im Gold, und das sollte auch klar mit herausgehen, also man muss in der Chartanalyse immer was abgrenzen, wir können letztendlich, das ist, ich habe doch keine Glaskugel, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, wie es wird, wir können bloß anhand vorherigerer Muster versuchen, das ein bisschen einzuordnen, uns ein bisschen Erwartungsrahmen zu stecken, ein bisschen abgrenzen, bis wohin ein Setup Sinn machen kann, und wohin nicht, und hier wäre das bei mir eben die 1,7, und Rücklaufziele hätte ich jetzt erstmal, kurzfristig sollte Gold zum Beispiel direkt im Januar wegdrehen, den Bereich um 1,350, 1,400, 1,400, 1,350, das wären jetzt schöne Rücklaufziele, die da erreicht worden wären. Gut, also Gold insgesamt positiv, sehe ich trotzdem eher kritisch, erwarte hier einen Abflachen zur Seite, den Euro-US-Dollar sehe ich eher aufwärts, hätte hier noch Long-Potenziale, auch wenn man jetzt hier natürlich immer wieder mit, also noch ist er aus dem Muster nicht raus, das muss halt auch bewusst sein, wir sind noch nicht aus dem Muster raus, wir haben jetzt hier das erste Hoch, das ist gut, aber so richtig leicht wird es für den Euro-US-Dollar wahrscheinlich erst über 1,14, ab dann kann man auch mit einer schönen Trenddynamik rechnen, und solange wir noch keine Trenddynamik haben, muss man damit rechnen, dass er auch das fortführt, was wir momentan sehen, das heißt rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, das heißt hier sehr, 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 sehr aufmerksam sein, kommt hier eine Trendbewegung rein, sollte man vielleicht auch mal überlegen, wenn man so einen Expert Advisor mitlaufen hat, oder wenn man sowas mit beobachtet hat, diese typischen Grid-Muster, sollte man echt aufpassen, weil das dann hier in der Bewegungsphase zwischen 1,14 und 1,20 halt überhaupt nicht funktionieren wird, gar nicht halt, das wird einem total um die Ohren fliegen, und da kann es dann eben passieren, dass man die Gewinne der letzten zwei Jahre einfach mal verpulvert, und sowas ist wichtig, deswegen gucken wir uns sowas an, deswegen sagen wir es auch, weil es auch für die Trading-Strategien halt immens wichtig ist. So, und da kommen wir zum DAX, unser DAX ist momentan hier doch mit einer ausgeprägteren Trendbewegung unterwegs gewesen, hat sich seit letzter, seit der letzten Analyse, muss man sogar sagen, wir haben ja am 28.12.2018 diesen Monatschart gemalt zusammen, sehr stark entwickelt, sehr deutlich, sehr, sehr deutliches Kursplus gestellt, wir wollten ihn Stand letzten Jahr gerne noch unten an der Kanalkante sehen, hier die 200 Punkte wollte er uns nicht mehr geben im Tief, ist wirklich zu 100 Punkte hier vorher gedreht, bei 13.2, was war es, Tief, 240 und die 10.020, das wäre es hier gewesen, die hat er uns nicht noch gegeben, hat direkt aufgedreht, ist in den Bereich um 11.800, 12.400 reingelaufen, von dort sollte er dann eigentlich nach unten drehen, da hat er sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben müssen, hat sehr lange dran probiert, sehr lange dran gearbeitet, immer wieder versucht, nach unten einzudrehen, man sieht es hier, es hat fast sechs Monate gedauert, bis er letztendlich davon ablassen musste und dann den Long Trigger aktiviert hat, der jetzt hier noch aktiv ist, das macht es nur für dieses Jahr etwas schwieriger, hier einen schönen Verlauf rein zu zeichnen, aber wir haben eben die anderen Werte dazu und wenn wir da jetzt den S&P und so weiter einfach mal mit rannehmen und schauen, was die jetzt hier noch für Potenziale auf der Oberseite haben, dass die in Übertreibung sind, wäre es doch ungewöhnlich, wenn unser DAX jetzt hier krass abwärts zendiert, ich würde deswegen schon sagen, dass unser Kumpel hier jetzt vermutlich erst mal die Aufwärtsvariante noch fortführt, gegebenenfalls auch das, also was heißt gegebenenfalls, sehr wahrscheinlich auch das Allzeithoch überwindet, die 13.600 bricht, auf die sich die nächsten Monate und sich hier über der 14.000 kurzfristig etablieren kann. Ich gehe davon aus, dass unser DAX hier so reinstößt im Januar, Februar, März und von dort dann aber deutliche Schwierigkeiten kriegt, zurück zu, also deutliche Schwierigkeiten kriegt, darüber hinaus zu brechen. Ich kann mir vorstellen, dass er sich kurzfristig oben raus stellt und das würde dann gleich kommen mit dem, was wir vorhin im Kursindex gesehen haben, dieses einmal hier drüber stellen, einmal hier zack drüber, wären im Kursindex jetzt hier knapp 800 Punkte, plus Dividenden wäre das dann, ja, ich stand hier, es würde eigentlich gut aufeinander passen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der DAX hier kurz was probiert und dann hier aber doch eher mehr zu zögern beginnt. Ich möchte mit Ihnen aber auch eine Übertreibungsvariante mit einplanen. Sollte nämlich der Markt hier reinkommen und der da drüber gehen, dann wird das hier ein neues 1999, unser 2020, indem die Märkte halt einfach mal richtig nach oben rausballern, ohne Sinn und ohne Verstand und nur mit Kopfschütteln begegnet, damit auch wirklich die letzte Hausmutti da noch irgendwo reinspringt oder der letzte Hausmann soll man hier nicht in irgendwelches Geschlechterkämpfe ausatmen. Also, sollte der Markt drüber gehen, sollte der Markt diesen Trend hier nicht halten, würde ich sagen, können wir unserem DAX Ziele ja um ein 61er bis 261er Retracement rauslocken. Da hätten wir die 15.680 im Angebot und sogar die 19.000. Das ist ein bisschen arg krass für 2,90, äh, 2,20. Aber ich denke, an der Börse ist nichts unmöglich. Und wenn wir das sehen, 45 Prozent, das ist nicht die Welt, das ist das, was der Nasdaq, glaube ich, im Jahr 2019 gemacht hat. Ähm, lassen Sie Draghi noch mal eine Rakete zünden, lassen Sie den noch mal in Unternehmen, vielleicht sogar was reinballern, neue QE-Maßnahmen, in Unternehmensanleihen, in, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, mir ist wichtig, dass wir verstehen, wenn der Markt über das rausgeht, dann sprengt er die Normalität, dann geht er in eine Übertreibung hinein. Und wenn ein Markt übertreibt, wäre es jetzt auch nicht sinnvoll, zu sagen, okay, wenn der Markt übertreibt, dann wird er wahrscheinlich plus 10, 20 Prozent machen. Nein, wenn der Markt übertreibt, dann übertreibt er. Ne, und dafür haben wir solche Projektionen, dafür haben wir solche Techniken, um die Ziele zu ermitteln, ähm, wäre, ja, wenn wir im, im Nasdaq, im S&P mit dem 261 arbeiten, sollten wir das im DAX auch. Und das wäre dann hier tatsächlich, ähm, im Bereich um 19.000, das erscheint recht viel, da werden wahrscheinlich die ein oder anderen auch mit dem Kopf zucken. Mir ist wichtig, dass verstanden wird, wenn der Markt hier über die 14.700 rausgehen sollte, dann setzt die Übertreibung ein. Dann kommen wir zu dem Punkt, die Kerzen werden länger, die Muster werden übertrieben, es wird unnachvollziehbar, es wird unverständlich, es wird sich komisch anfühlen, aber es wird dann so sein und wir sollten uns darauf einstellen. Ne, wir sollten darauf vorbereitet sein. Und gut, wir nehmen das erstmal wieder weg, wir nehmen erstmal, machen, machen das vielleicht, ähm, so zweistufig, dass wir sagen, das kennen Sie aus den Tagesanalysen auch, wir machen das so zweistufig und setzen hier einfach erstmal ran, erstes Ziel 16.6.80 und darüber hinaus. Ansonsten machen wir unseren Dings jetzt hier einfach mal blau, setzen das um, Sie lassen mich mal kurz zeichnen, dann bin ich sofort wieder. So, schauen Sie mal, ich hab's mal fortgezeichnet, also das wäre jetzt so mein favorisiertes Bild. Würde denken, dass unser Dax hier übers Allzeithoch eben noch hinausdrückt, Januar, Februar, März nochmal nutzt, um sich eben nach oben zu drücken. ist nicht viel, was er dazu machen muss, das sind 1000 Punkte, das sind, äh, ja nicht mal 10%, ähm, bis zu 13.400 sind es dann etwa 10%, und, ähm, beziehungsweise wir können es auch ganz genau hin, hin machen, wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Lineal zu arbeiten, Moment, ja, das wären, ja, etwa 10%, das passt. Gut, das heißt, äh, wie kriegt man das jetzt wieder raus? So, zack, fertig. Das heißt, ich erwarte, dass wir hier jetzt, wie gesagt, in, 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 in diesen, in diesen Bereich reinlaufen können. Wir haben interessante Rücklaufziele im Bereich um 12.600, 12.600. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn der Markt, ähm, von dort dann stärker zurücksetzt, dürfte er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hier auch in dem Bereich um diese Rücklaufzone, um diese Entscheidungszone zurückslaufen. Deswegen habe ich hier auch mal ein bisschen tiefer den Short Trigger angesetzt. Äh, Sie kennen das noch aus dem, aus diesem Jahr, aus 2019, wie stark der Markt dazwischen herum notiert hat. Da ist sehr, sehr viel Volumen hin und her gegangen. Ähm, meist sieht man es eben, dass der Markt dann eben in eine solche Zone nochmal eintaucht, sich dort nochmal, äh, abholt und dann eben hochsetzt. Ja, können wir ruhig ein bisschen tiefer ansetzen, sodass ich hier jetzt sagen würde, okay, bis, bis März, Mitte März, vielleicht bis zum Märzverfall hier eher mehr Aufwärtspotenziale, dann gehe ich davon aus, dass der Markt bis, äh, über den Sommer hinweg doch deutlich schlechter notiert, bis, bis Anfang, ähm, bis Anfang, ähm, September sogar und dann in die Vorwahlzeit oder in die, in die finale Wahlzeit hat er nochmal richtig durchbesteunigt. Sollte der Markt zu irgendeinem Zeitpunkt vorzeitig schon unter 12.800 abtauchen, wäre das in meinen Augen äußerst kritisch, weil dann diese Erholungsbewegung, diese eine Bewegung hier vollendet wäre und der Markt dann eine zweite Abwärtsbewegung, wie, wie diese hier von hier oben beginnen wird, ja, und das hätte dann durchaus das Ziel, nochmal unter die 10.000 zu tauchen, ne, wenn er dann eine zweite Abwärtsbewegung hier zündet, sodass unterhalb von 11.800, äh, für mich dann durchaus hier, äh, ja Bärenland ist, ne, also dann wäre der Markt deutlich bärischer, äh, würde dann vermutlich die untere Kanalkante hier dann endlich antriggern und dann sicher auch einmal nach unten verreißen, ne, das wäre so meine Erwartungshaltung, wenn der Markt sich in 2020 deutlich schwächer verhält, und, ähm, ja, das würde dann auch gleichkommen mit dem, was ich Ihnen im Kursindex gezeigt habe, wichtig ist mir aber ganz, 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 ganz besonders diese Übertreibungspotenziale nach oben, ne, ich hoffe, das habe ich auch ordentlich und ausgiebig rübergebracht, sodass sie das verstehen, worauf ich hinaus will, drücken die Märkte sich da nämlich oben durch, ich bin mir fast sicher, dass wir dann sowas wie 1999 nochmal bekommen können, 1998, 99, ähm, wer da noch nicht da war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch noch nicht gehandelt, ähm, kann sich das ja im Chart einfach nochmal angucken, auch mal einzelne Unternehmenswerte angucken, einzelne Aktien, wie die gelaufen sind, die sind alle viel, viel, viel weiter gelaufen, als man das je gedacht hätte und als man das zu dem Zeitpunkt geglaubt hätte und da muss man sich da ein bisschen drauf einstellen, gerade bei den Amerikanern eben, weil die sind schon fast vollkommen in so einer Bewegung drin, also, das, ähm, das wird echt spannend, das wird ein spannendes Jahr, äh, ich denke, dass wir viel Volatilität sehen, ähm, weil die Kerzen jetzt dann auch länger werden, weil die Kerzen auch größer sind, ähm, hoch wie runter, ne, also die Rücksätze, die werden dann auch sehr, sehr europisch, das wird, zum Traden wird das vermutlich ein richtig schönes Jahr, ja, gut, okay, das soweit mein Blick auf die Werte, ich hoffe, sie können was damit anfangen, ähm, ich hoffe, es entspricht nicht komplett gegen ihre Erwartung, aber das ist auch nicht Sinn und Zweck in der Analyse, ich versuche eben neutral, ihnen ein bisschen zu, meinen Blick zu zeigen, den können sie hinzuziehen, müssen sie aber nicht, ja, um einfach so ein bisschen zu zeigen, wo sehe ich Chancen, wo sehe ich Risiken, wo sehe ich interessante Reaktionspunkte, na, und für mich ist das hier der interessanteste Reaktionspunkt, hier oben, dieses, dieses Kreuz, also, ähm, man kann auch, man kann auch getrost sagen, man wartet hier zwei, drei Monate ab, wie er sich erstmal entwickelt und nutzt dann die Chance, wenn sie denn hier oben kommt, na, ein Rückfall zum Beispiel unter 26, unter 12.600, jetzt bis Februar, wäre auch eher deutlich kritisch zu werden, halt, ne, also, würde hier jetzt nicht drauf passen, ähm, da sollte man sehr, 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 sehr kritisch mit dem, mit dem Markt auch umgehen und mit dem, was man sieht, aber ich, ich persönlich würde jetzt eher die Potenziale oben raus sehen, gut, alles klar, dann hat das jetzt ein bisschen länger gedauert, aber es ist mir auch wichtig, Ihnen, wir haben ja auch verschiedene Werte mit angeguckt, haben Sie mal was ein bisschen zum Durchschauen und, ja, hoffe für alles verständlich, wenn Fragen sind, fragen Sie, und, ähm, wie gesagt, ich bin kein Hellseher, es ist lediglich eine Interpretation, es ist ein Ableiten von Mustern, es gibt keine Garantie, dass das so kommt, aber wir haben es im vergangenen Jahr gesehen, der Markt versucht sich schon sehr oft, eben an solchen Mustern lang zu hangeln, an solchen Bewegungsabläufen, ähm, auch wenn es nicht immer zu 100% aufgeht, ist trotzdem erkennbar, dass der Markt eben diese Muster wiederholt, dass er einfach sich auch in diesen Mustern bewegt und das versucht aufzugreifen und das kann man eben dann auf der Trading-Seite für sich nutzen. Gut, insofern, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Jahr, ich wünsche Ihnen ein richtig erfolgreiches Jahr und gutes Jahr, wie gesagt, nehmen Sie sich das zu Herzen mit den Vorsätzen, versuchen Sie was zu ändern, wenn es Grund gibt, es was zu ändern, never change the running system, wer gut unterwegs ist, wer gut läuft, äh, sollte das erstmal beibehalten, außer wenn man vielleicht im Euro-US-Dollar mit einem Grid-System arbeitet, ähm, hehehe, und, ja, maximale Erfolge, bis bald, ciao. Und, bei einem